Für mehr Lebensqualität, die Vila-Gasenäufer macht und Wohnigentum. Mein Name ist Marco Skerber. Ein wunderschönes Bergpanorama. Direkt an der Landwirtschaftsversorgung und das bei einer optimalen Besonnung. Wenn euch das wichtig ist, seid ihr hier genau richtig. Eine 4,5 Zimmer-Dachwohnung, Neubau, 4 grosse Balkone, sichtbare Holzbäume, die dem Ganzen die nötige Wärme gibt. Habt ihr gewusst, dass ihr in Eschi mit dem Bus direkt zum Spiezbahnhof kommt? Eschi ein wunderschönes Hallenbad mit Sauna hat. Und im Winter könnt ihr sogar in Eschi-Ried Skien fahren. Dir wünscht ihr eine Besichtigung oder habt Fragen? Für eure Lebensqualität stehen wir euch sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Skerber. Ehei-Ried. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017